Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tanks for Wrath of Heaven. Und genau, letztes Mal sind wir ja in dieser Höhle gewesen und waren eigentlich auf der Spur von Rikimaru, glaube ich. Und ja, jetzt sind wir allerdings einer Untergrundbande begleitet. Oh, ich habe keinen Gank mehr. Diese Dinger sind ganz schön teuer, doch. Hier, diese... Ja, egal. Dann nehme ich lieber ein Glasrohr. So, naja, wie gesagt, wir sind dieser Wanne entgegnet und die haben uns entführt. Der ist wohl der alte Meister von hier Teshu. Und genau, die haben uns in eine Gefängniszelle gebracht und wir sollen jetzt daraus entkommen, würde ich sagen. Machen wir das doch mal direkt. Genau, wir waren nämlich... Wir sollen aus der Livestorm-Kaverne entkommen. Und wir sollen auf Fall-Luken aufpassen. Und wir sollen natürlich den Key benutzen, ist klar. Die Limestone-Kaverne, das sagt mir was. Das sagt mir jetzt wirklich was. Let me out of here! Oh. Ja, natürlich. Wenn du ein Job für mich machst. Job? Was Job? Terminate, Zinoski. Der Boss? Well, what do you say? You know I can't do that. Fine. Then you can stay in there. Until you... You bastard! Let me out of here! Hey! Na krass, ich soll da sagen, gebe ich den Boss töten, okay? Na ja. Gin, ich war immer so sloppy. Ah. Back in business. No sense in sticking around. Now, let's see what they've done with my tools. Direkt mit dem Gegner hier. Ernsthaft? Ja. Geil! Nein! Ah, direkt entdeckt, oder was? Oh, wie blöd bin ich denn gewesen? Ah, du Penner, ey. Ich war doch... Ich krieg den nicht kaputt hier. Ähm, Mann. Was ist das für... Ich... Direkt hier... Direkt hier mal ein Fail am Anfang. Äh, Mann, ey. Direkt mal ein Fail hier am Anfang. Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Äh, ich hab auch gar nichts, ne? Diese Items, die ich da mitgenommen hab... Ah! Meine Lieblingsbucke. No. Oh, Mann, ey. Der erste Typ hat mich direkt entdeckt. Ey, das war richtig scheiße. Das konnte ich aber verhindern. Was macht der da jetzt? Genau. So, und... Weg mit dir! So. Was hast du jetzt davon? Äh, okay. So. Oh, Mann. Was wollte ich eben sagen? Äh, äh, ich find den irgendwie cool, den Teshu. Ich weiß auch nicht. Der hat sowas... Sowas Chilliges. Ich weiß auch nicht. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr den Charakter findet? Also, ich find den ziemlich entspannt. Ja, doch. Äh, die Skoda wie ein Mann. Wir sind auch überall meine Lieblingsgegner. Oh, Mann. Ja, das war nur blöd jetzt, dass ich da von dem einen direkt entdeckt wurde. So. Bei Rikimaru waren hier ja diese Zombie-Gegner. So. Genau. Ah, das sind Ninjas. Jetzt, jetzt hab ich's mit Ninjas zu tun. Als Kopfgeldjäger. Okay. Und der kommt hier hin. Oder was? Kommt der hier hin? Bitte nicht. Bitte dreh dich um. Dreh dich um. Hä? Und? Dreh dich um. Ja! Geil! Sehr schön. Okay, zack, weg mit dir. Jetzt hab ich's mit Ninjas zu tun. Okay. Ich versteh schon. Hat er Geld? Nö, der hat kein Geld. Was ist das? Geil! Das ist geil. Das nutze ich gleich direkt. Oh, Mann. Alter. Nice night. Ja, du mich auch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Oh, Mann. Was ist das hier? Äh. Ah, nein! Was? Wo denn? Der hat mich wieder irgendeiner... Irgendeiner entdeckt hier. Der sieht mich durch die Wand? Ernsthaft? Ernsthaft? Na, dann. Oh, Mann. Wie unfair das ist. Ja, toll. Jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Ah, Mann. Das läuft doch schon wieder blöd hier. Geh weg. So. Mann, ey. Was soll denn das? Okay, ich muss noch langsamer sein. Ich muss noch vorsichtiger sein. Okay. Das finde ich jetzt gerade ziemlich krass. Muss ich ja ehrlich sagen. So. Ja, ich muss noch vorsichtiger sein. Wo war denn der eben? Der war auf der rechten Seite. Ich verstehe. Okay. Ah! Oh Gott. Alter, Schwede. Da. Ah, der pennt. Hier rechts war der eben. Ja. Genau. Zack. Herz raus. Ihhh. Äh. Alter. Wir sind hier nicht bei Acuji. Mein Herz rausreißen hier. So. Naja. Wo soll ich jetzt als erstes hin? Hier ist, glaube ich, ein Tool oder was? Hier? Hier war es für was Rotes angemarkert. Ah, ein Schlüssel. Ah, okay. Da ist noch was. Ein Blasrohr. Sehr schön. Das brauche ich. Kann ich sehr gut gebrauchen. Oh Mann, Alter. Jetzt wurde ich schon... Äh. Zweimal entdeckt. Ja, das ist scheiße gelaufen. Ah, hier kann ich noch... Genau, das wusste ich noch. Das wusste ich noch mit Rikimaru hier. Ah, beziehungsweise Ayame. Jetzt macht das kaputt hier. So. Geh da rein. So. Dann geh da rein. Er geht da nicht rein. Warum geht er da nicht rein? Äh, da muss ich andersrum. Dann muss ich... Hier links. Ups, was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Alter, hier lauern die Gegner hinter jeder Ecke, ey. Puh. Okay. Zack. Warum hab ich das da drüben jetzt aufgemacht? Heiltränke. Oh mein Gott. Direkt zwei Stück. Wie geil. Direkt zwei Stück. Darum ist der nächste. Ninja. Ninja. Und zack. Weg mit dir. So. Geil. Alles klar. Yes. Oh. Auch ein Heiltrank. Sehr schön. Dann kann ich einen davon ja nehmen. Einmal heilen bitte. So. So. Okay. Oh. Die Frage ist jetzt ja... Das links da, das ist ja Bonus. Dann geh ich da jetzt lieber nochmal zurück. Wenn das da links da jetzt... ...wirklich ein Bonus ist... ...dann geh ich da jetzt lieber nochmal zu... Ne, Moment. Wie komm ich denn da hin? Ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Aha. Das ist bei diesem... ...Abgrund da hinten. So. Ja. Hier sind nämlich noch Gegner. Seht ihr das? Da unten. Hier. Bei diesem scheiß Abgrund hier. Da kann man doch irgendwo hoch. Genau da ganz oben. Oh Mann. Was ist das denn, ey? Alter Schwede. Also irgendwo hier hin... ...konten... ...warte Mann. Da ist doch was. Haha. Ist das so ein Loch? Äh. Doch nicht. Okay. Was soll das? Was soll das? Warum hältst du dich nicht fest? Halt dich da fest? Da oben ist auf jeden Fall ein Loch. Der hält sich nicht fest. Warum... ...der sich da nicht festhält? ...würde ich vielleicht erst... ...würde man sich hier fast gar nichts, ey. Es ist so dunkel hier. Oh Mann. Alter. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich muss da doch irgendwie hin. Da kann ich nicht mit dem Kletterhaken hin. Moment mal. Ach so. Da muss ich doch hinkönnen. Jetzt mal ehrlich. Hä? Warum hält er sich da nicht fest? Kann ich da nicht hin? Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt gerade mal echt mal verwirrt. Oder komme ich da später hin? Nee, er will nicht. Er will nicht. Aber später komme ich da nicht mehr hin. Da ist doch noch Bonus. Da ganz oben hin komme ich auch nicht. Moment mal. Ich habe eine andere Idee. Irgendwo hier muss ich doch hinkommen. Äh. Äh. Was? Ich glaube, ich bin hier gezwungen weiter zu gehen. Da da oben komme ich nicht hin. Nee. Moment mal. Was ist denn das hier? Tut mir leid, wenn es jetzt wieder langweilig ist. Da. Kann ich da oben vielleicht? Ich will nicht direkt dahin gehen, weil das ist doch größer, das Level. Das ist doch viel größer. So, was haben wir denn? Der hält sich auch nirgendwo anders fest, ne? Das ist so komisch. Da ist doch eine offensichtliche Kante. Nee, er will nicht. Nee, dann gebe ich es jetzt auch auf. Ich will das Display nicht unnötig in die Länge ziehen. Moment, ich habe was gesehen. Da. Ah, nee. Äh, schade. Nee, dann... Dann bleibt mir da nichts anderes übrig, als hier weiter zu gehen. Nee, dann... Dann habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich da hin soll. Ja, schade. Gut, dann... Wo ist das vielleicht? Dass du hier irgendwo rauskommst? Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Okay. Nö, dann muss ich weiter. Und... Ist das Level halt kleiner als gedacht. Oh, doof. Moment mal, hier kann man... Hier geht's... Okay. Ah, da sind zwei. Den einen hier kille ich mit einem Blasrohr auf jeden Fall. Der nervt nämlich. So. Nein! Äh, nicht getroffen. Fuck, warum nicht getroffen? Nö. Jetzt kann ich mir den angucken. Oh, Mann. Ah, da ist direkt der Ninja da. So. Ja, toll. Wie soll ich sie kriegen jetzt? Ich glaube, ich weiß, wie... Wenn der... Der sieht mich doch. Ah, ist das fies, ey. Ist das fies, nee, nee. Den treffe ich nicht. Boah, ist das gemein. Wie soll ich den denn da kriegen? Der sieht mich doch da. Der sieht mich doch da. Ja, ja, klar. Wie soll ich das machen, ohne entdeckt zu werden? Alter. Wie soll ich das machen? Äh. Das geht nicht. Oh, Junge. Nein, geh weg. Oh, Gott sei Dank. So. Okay. Der wollte mich gerade wieder abfucken. So. Wo ist jetzt dieser fuck Ninja da? Da ist er. Okay. Boah, der wollte es wieder. Nee, der hat Ampeleien gemacht. Okay, sehr schön. Uff. Uff, Alter. Ohne Giftreis ist das ganz schön schwierig, ey. So. Boah. Da oben. Okay. Auf die Kisten. So. Da oben. Vielleicht komme ich ja doch noch in die andere Levelhälfte. Wer weiß. Ich bin zwe... Äh. Jetzt bin ich wieder hier. Oh Mann, das war... Hä? Hä? Jetzt bin ich wieder zurück. Was? Okay. Das war ein Kreis. Oh Mann. Ah. Okay. Nein, Moment. Dann muss ich halt hier lang. Okay. Dann bleibt mir da nichts anderes übrig. Dann muss ich da über diese Wasserstelle. Oh, nee. Das ist so scheiße hier. Das ist so eine Drecksstelle hier. So. Hier ist auch irgendwo ein Gegner. Da hinten. Dann kill den halt so. Warum hat es nicht getroffen? Ah. Ist das blöd. Es hat wieder nicht getroffen. Oh Mann. Oh Gott. Ja toll. Diese Teile brauche ich eigentlich nicht. Nein. Was? 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 Oh Mann. Ja. Oh. Was war das denn? Ah, Feuer. Okay. Jetzt geh weg, du... Dämme ich an ihn. Das ist aber gut, weil da habe ich das Geld entdeckt. Oh Mann. Was soll das denn? Oh. Wie konnte er mich von so weit entdeckt sehen? So weit weg sehen. Ah. Sowas ist ärgerlich. Sowas ist richtig ärgerlich. Jetzt dreht er da unten seine Runden und... War da noch einer? Ist da noch... Nee. Macht er da. Jetzt geh weg. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, um den aus der Ferne zu killen. Wenn er da seine Scheiß... Ich probier's ein... Nein! Oh Gott. Geh weg. Jetzt geht der hier im Wasser rum. Oh, ich muss mich gerade übelst konzentrieren, Freunde. Boah. Ja, der dreht sich da wieder im Kreis rum. Ja, toll. So, jetzt aber komm... Und... Nein! Dieses fucking Wasser, ey. Fuck. Das ist so gemein hier. Ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese Stelle. Wie ist es so schwer, diese Stelle? Oh Mann, ey. Was? Du findest mich nicht. Dummer Typ. Ey, Mann. Ey, ich verkacke gerade wieder so richtig. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hä? Ach, da... Da geht's weiter? Okay. Alter. Das geht gar nicht hier. Was hier abgeht. Na, jetzt... Nein. Nein. Ah, Mann. Das ist doch nicht wahr. Mensch. Jetzt aber. Geh weg, ey. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, dann... Ja, dann... Ah! Dummer. Alter. Ja, Ninjas, mit denen soll man sich eigentlich nicht anlegen. Aber was hätte ich sonst machen sollen? Ey, das ist doch so ein... So ein Müll hier wieder. Wirklich. Ich has... Ich hasse dieses Level. Ah, Mann. Ich muss aber einmal kurz eine Pause machen, ja? Also bis gleich. Du hast ja wegge Pastor. Di aşˆ. Also, ich möchte's gehen von... Ich möchte es aber episodes rein fünf. Ant Def sitz.